Es gab im letzten Jahr in Deutschland zwei richtig große Skandale. Das eine war Pferdefleisch in der Lasagne und das andere war der APÖ-Skandal der NSA. Und da hat sich herausgestellt, also die Deutschen haben im Grunde kein Problem damit, wenn einer ihre E-Mails mitliest oder die Telefongespräche abhört, aber Pferdefleisch in der Lasagne, da ist Schluss mit lustig. Da ist eine Schmerzgrenze erreicht, dann kann der Deutsche sich richtig aufregen. Da war aber kurz vor dem Aufstand, also ich glaube, wenn sich da herausgestellt hätte, dass da die Amis hintergesteckt hätten, dann wäre man einmarschiert. Aber NSA, da haben die Deutschen kein Problem mit, das war doch Wahnsinn. Zwei Drittel aller Deutschen sagen, sie fühlen sich ja nicht bedroht, sie haben ja kein Problem mit der NSA. Ich glaube, das liegt ja in dieser christlichen Grundhaltung in diesem Land. Das ist das christliche Abendland, die Menschen hier sind das gewohnt, dass da einer oben ist, der alles mitsieht und alles aufschreibt. Ich fand das als Kind schon immer ziemlich pervers, die Vorstellung, dass da einer ist, der alles sieht, was ich mache. Auch wenn ich allein auf dem Klo bin oder so. Fand ich das nicht schön. Als sie mir dann gesagt haben, dass Oma auch noch auf der Wolke sitzt und immer auf mich aufpasst, fand ich auch nicht beruhigend, ehrlich gesagt. Aber so wachsen die Kinder hier auf, im christlichen Abendland, glauben die Kinder, einmal im Jahr kommt der Nikolaus, der hat ein großes Buch, da steht alles drin, was sie gemacht haben. Auch das, was vorher nicht bemerkt worden ist. Und dann sagt der Nikolaus, er will die Maria, die E-Mail hätte sie besser nicht geschrieben. NSA heißt, Nikolaus sieht alles. Aber es werden ja nur die Bösen bestraft. Wie bei der NSA, beim Nikolaus auch. Und fürs Bestrafen hat der Nikolaus den Knecht Rupprecht dabei. Und das fand ich auch schon seltsam. Wie pervers muss man sein, um sich so eine Figur auszudenken. Ein Mann, der mit einer Rute kommt, um Kinder zu züchtigen. In Holland heißt der Knecht Rupprecht Svarte Piet. Da war jetzt im Dezember eine Riesendiskussion in Holland. Ja, die haben sich aufgeregt, nicht darüber, dass da einer mit einer Rute kommt und Kinder zu züchtigen, sondern dass es ein Farbiger ist. Das wäre Rassismus. In den USA heißt der Svarte Piet Obama. Auch Black Bush genannt. Dessen Rute ist eine Drohne. Sehen Sie, und wenn bei der NSA eine richtig Mist gebaut hat oder zu aufmüpfig war, dann muss es zur Strafe drei Monate lang das Privathandy von Angela Merkel abhören. Das ist die Höchststrafe. Danach bauen sie nie wieder Mist, meine Damen und Herren. Ich verspreche es Ihnen. Wir.